Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Tutorial möchte ich mal auf eine Zuschauerfrage eingehen, die ich der Letzte erst erhalten habe. Ich habe nämlich der Letzte in einem anderen Magix-Programm mal gezeigt, wie ich Objekte ausschneide und da kamen einige Fragen, ob ich das auch mal in Photoshop zeigen könnte. Ja, kann ich machen. Es gibt wie gesagt in Photoshop extrem viele Möglichkeiten, Objekte auszuschneiden. In diesem Video möchte ich mal die gängigste zeigen. Also schauen wir erstmal auf meinen Monitor. So, hier haben wir Photoshop geöffnet und jetzt mache ich einfach folgendes. Ich habe jetzt gerade ein Video für mich geschnitten und möchte mir eine Thumb-Mail erstellen. Also ziehe ich mir ein Foto jetzt erstmal hier in Photoshop rein. Lass es einfach mitten in den Bildschirm fallen und wir sehen, hier habe ich jetzt ein Foto, das hätte ich gerne als Thumb-Mail verwendet. Allerdings schneide ich meine Fotos gerne etwas aus. Wir sehen jetzt hier mich vor einer Trockenbauwand mit so einem Trockenbauprofil und ich hätte jetzt gerne hier oben diese Decke entfernt, hier hinten dieses Stück Gipskarton entfernt und hier innen drin dieses Stück Decke entfernt, sowie auch hier drüben die Decke entfernt. Um das jetzt zu realisieren, gibt es verschiedene Ausschnittwerkzeuge. Wir gehen mal hier drüben auf die linke Seite des Bildschirmrandes und klicken auf das dritte Symbol mit der rechten Maustaste. So sehen wir drei Standard-Ausschneidwerkzeuge. Einmal das Lasso-Werkzeug, einmal das Polygon-Werkzeug und einmal das magnetische Werkzeug. Des Weiteren haben wir als Symbol 4 hier noch das Schnellauswahl-Werkzeug und den Zauberstab. Diese beiden Werkzeuge sind sehr von Vorteil, wenn man einen gleichmäßigen Hintergrund hat. Das heißt, man stellt sich vor eine weiße Wand, fotografiert sich und kann dann mit diesem Zauberstab-Werkzeug, ich demonstriere euch das einfach mal, feste Farbbereiche markieren. Indem ich jetzt hier einfach was anklicke, hätte ich mit einem Schlag hier diese komplette weiße Fläche markiert. Diese Technik werde ich jetzt allerdings nicht einsetzen. Also gehen wir mit STRG Z hier zurück und gehen wieder hier oben auf das dritte Schaltsymbol und ich für meinen Teil favorisiere das magnetische Lasso-Werkzeug. Ihr könnt auch in Verbindung mit dem magnetischen Lasso-Werkzeug auch andere Werkzeuge noch verwenden, das zeige ich euch jetzt mal hier in dem Video. Also ich wähle das magnetische Lasso-Werkzeug aus, suche mir eine markante Kante, an der ich entlang schneiden will. Ich fange jetzt hier unten an diesem Hosenbund an und setze hier meinen ersten Schnittpunkt, indem ich einfach mit der normalen linken Maustaste hier hin klicke. Jetzt wird mein Anfang des Schnittpunktes gesetzt. Jetzt fahrt ihr mit eurem Mauscursor exakt an der Linie entlang, die ihr ausschneiden wollt. Dadurch, dass dieses Lasso oder dieses Werkzeug magnetisch ist, heftet es sich an sehr kontrastreiche Kanten an und versucht so die Kanten quasi selber zu finden. Ihr seht das hier, es setzt permanent Punkte und es scheint ziemlich gut die Kante zu finden. Auch wenn ich mich jetzt mal ein bisschen mit der Mauszeiger nach oben bewege, es heftet sich immer wieder an die Kante an. Solltet ihr an einen Punkt kommen, wo das magnetische Werkzeug sich etwas vergreift, macht ihr einfach folgendes. Ihr fahrt dorthin, wo ihr hin wollt und drückt einfach die linke Maustaste. Somit setzt ihr jedes Mal eine Art Wegpunkt und an dieser Stelle verändert sich quasi dieses Magnetsystem nicht mehr und die Linie ist fest fixiert. Und auf diese Art und Weise ziehe ich mich jetzt hier durch das Bild hindurch. Wir sehen, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Das ist auch eine schöne Situation. Was jetzt? Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Das ist auch eine ziemlich einfache Situation. Wir nehmen hier diese Rückwärtslöschen-Taste. Das ist die Taste, die über der Enter-Taste ist. Und jedes Mal, wenn wir diese drücken, wird ein alter Wegpunkt gelöscht und wir können mit der Maus quasi zurück. Jetzt muss ich hier in meiner Linie sagen, dass sie falsch gelegen hat und setze einfach hier einen neuen Wegpunkt durch Drücken der linken Maustaste und kann mich hier nun so einfach weiter durchs Bild durchkämpfen, bis ich halt an einem Punkt wieder bin, wo dieses Magnetsystem wieder ordnungsgemäß funktioniert. Und ab da kann ich wieder etwas schneller ziehen. Hier haben wir uns wieder vergriffen. Hier gehen wir wieder mit der Rückwärtslöschen-Tasten 1 zurück und setzen die Wegpunkte wieder mit unserer linken Maustaste, bis die kontrastreichen Kanten wieder so gut sichtbar sind für das Programm, dass es wieder selber entscheiden kann. Hat man hier so eine Art fitzelige Ecke, wie hier bei meinem Ohr, da sollte man sehr viele Wegpunkte setzen. Und so kann man sich nach und nach durch das Bild durchklicken. Seid ihr euch nicht sicher, ob ihr jetzt hier wirklich genau an der Kante seid, weil das Bild ja sehr weit ausgezoomt ist, können wir auch im Schnittprozess das Bild ein- und auszoomen. Dazu einfach die Plus- oder Minustaste an eurer Tastatur benutzen. Ich drücke jetzt hier einfach mal die Plus-Taste und wir sehen, so können wir das Bild eine ganze Ecke reinzoomen und können viel feiner und genauer arbeiten. Haben wir diese schwierige Stelle überwunden, können wir hier wieder die Minustaste nehmen und ziehen uns so aus dem Bild heraus. Noch ein weiterer Tipp, seid ihr soweit in das Bild eingezoomt und jetzt hier an der Kante, wo es nicht mehr weitergeht, einfach mit der Maustaste rausschieben und euer Bild schiebt sich quasi weiter hoch. Das kann man auch noch etwas beschleunigen, indem man einfach die Space-Taste oder die Leertaste drückt. Jetzt haben wir hier so ein kleines Handsymbol und mit diesem Symbol können wir das Bild fassen, greifen mit der linken Maustaste und uns an die Position schieben, dass wir wieder mehr sehen, lassen die linke Maustaste los, lassen jetzt die Leertaste los und können hier jetzt in aller Ruhe weiter arbeiten. So, jetzt tue ich mal wieder etwas aus, indem ich die Minustaste drücke, das ist die Taste über der Windows-Taste, wenn ihr einen Windows-PC habt und arbeite mich hier immer so durch mein Bild. Die Haare nehme ich mal nicht so mit, das fällt auch keinem auf, wenn ich das jetzt nicht so ganz mitnehme. Die schneide ich jetzt einfach mal ab, war eher eh sehr schlecht gekämmt in dieser Situation und bin jetzt an diesem Punkt angelangt. Jetzt haben wir hier einen Punkt, wo ich sehr viele gerade Striche habe. Hier brauche ich mich jetzt eigentlich nicht mehr so auf diese Magnetgeschichte zu verlassen. Hier kann ich jetzt auch gerade Striche ziehen. Um das jetzt zu realisieren, wechseln wir einfach das Werkzeug. Das können wir während der Bearbeitung ganz einfach machen, indem wir die Alt-Taste, das ist die Taste links neben der Leertaste, drücken und gedrückt halten. Jetzt setzen wir einen neuen Wegpunkt und ab jetzt seht ihr sofort, hat sich das Symbol verändert. Jetzt habe ich nämlich das normale Polygone-Lasso, sage ich einfach mal. Und jetzt kann ich hier, wie wir sehen, schöne gerade Striche realisieren, die zu einem Punkt führen und durch Klicken der linken Maustaste bestätigen. Somit haben wir einen neuen Wegpunkt gesetzt und können uns nun so durch das Bild klicken, indem wir kerzengerade Striche setzen. Wichtig, ihr müsst immer die Alt-Taste festhalten. Ich klicke mich jetzt hier mal durch das Bild. Hier haben wir jetzt allerdings ein Problem. Jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht. Wenn ich hier jetzt zurückgehen will und nehme diese Rückwärts-Löschen-Taste, die ich euch gezeigt habe, wird der ganze Prozess aufgehoben und wir haben wieder unser Magnet-Lasso. Also müssen wir hier wieder uns bis zu dem Anfang von dieser Situation begeben und nochmal diesen Schritt wiederholen. Deswegen wäre es vielleicht auch mal sinnvoll, diese geraden Striche immer mal zu unterbrechen und etwas mit dem Magnet-Lasso dann weiterzuarbeiten. Ich klicke mich jetzt so komplett durch das Bild, bis ich hier meinen Endpunkt erreicht habe und hier schließe ich jetzt einfach die Maske. Und so habe ich mein Bild schon komplett ausgeschnitten. Jetzt sehen wir allerdings, jetzt habe ich hier in dem Bild auch noch einen Teil, den ich ausschneiden kann oder will. Das kann ich später machen, aber ich möchte es lieber gleich mitmachen. Hierfür macht ihr folgendes. Wir haben hier oben in dieser linken oberen Ecke vier Symbole, vier Quadrate. Einmal ein einfaches Quadrat. Das heißt, wenn ihr dieses anklickt und geht mit einem dieser Werkzeuge in euer Bild hinein, ist sofort die alte Maske gelöscht. Das wollen wir auf keinen Fall. Dann haben wir diese zwei Quadrate, die ineinander stecken. Wenn ihr dieses Symbol benutzt, könnt ihr die Maske quasi erweitern. Das heißt, wir könnten jetzt hier uns irgendwas rausklicken und das würde sich mit dieser Maske verbinden, in die Maske einschmelzen. Dasselbe können wir auch hier mitmachen. Das ist eigentlich nochmal genau dasselbe, bloß umgekehrt. Diese beiden Quadrate bedeuten Folgendes. Jetzt kann ich aus einer Maske was rausaddieren. Ich zeige es euch jetzt. Das will ich nämlich auch hier in diesem Punkt machen. Jetzt erscheint auch an meinem Cursor ein kleines Minus-Symbol. Und jetzt klicke ich mich an diesem Punkt entlang, den ich einfach auslöschen will. Mit dem Magnetlaso. Und habe quasi diesen Teil markiert und kann ihn nun so auch auslöschen. Jetzt möchte ich euch noch das letzte Symbol hier erklären. Diese beiden Quadrate, die sich auch überlappen. Aber normalerweise ist dieses Symbol selbst erklärend. Man sieht, hier wird nur die Schnittmenge dieser beiden Masken behalten. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal meinen Kopf markieren würde, wäre alles andere nicht mehr markiert. Nur die Schnittmenge. Also mein Kopf in diesem Fall. Um nun weiter zu verfahren. Ich möchte mich ja nun schlussendlich ausschneiden aus diesem Bild. Gehe ich folgendermaßen vor. Ich bewege mich an den rechten Rand des Bildschirms. Hier haben wir unser Bild, unser Objekt platziert. Es ist ein gesperrtes Objekt. Dieses kopiere ich einfach. Aber wie gesagt, es gibt da auch mehrere Möglichkeiten, das zu realisieren. Ich zeige es euch nur mal mit der Kopiermöglichkeit. Wir kopieren es einfach, indem wir das unten auf ein neues Objekt ziehen. Einfach hier festhalten und auf dieses neues Objekt-Symbol ziehen. Und jetzt haben wir das Bild kopiert. Es existiert quasi zweimal übereinanderliegend. Die untere Kopie schalten wir blind, indem wir einfach hier vorne das Augensymbol deaktivieren. Und die obere Kopie ist nicht mehr gesperrt. Und wir können diese ungehindert bearbeiten. Um nun diesen Hintergrund auszuschneiden, habe ich eigentlich falsch rum markiert. Denn ich habe markiert, was ich behalten will und nicht markiert, was ich ausschneiden will. Das ist auch kein Problem. Wir haben hier oben die Möglichkeit, den Punkt Auswahl zu wählen. Und hier klicken wir nun einfach an Auswahl umkehren. So wird die ganze Geschichte einfach nur interveniert. Wir klicken es einfach mal an. Zack. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir den Bereich markiert, den wir schlussendlich löschen möchten. Um nun hier zu löschen, da wir ja einfach dieses Objekt kopiert haben, können wir das einfach machen. Drücken wir einfach die Entfernt-Taste auf der Tastatur. Zack. Und wir haben unseren Hintergrund komplett ausradiert. Als letzten Schritt müssen wir nun die Maske noch aufheben. Das geht ja auch wieder sehr einfach. Wir klicken einfach auf Auswahl und auf Auswahl aufheben. Zack. Und somit ist die Auswahl aufgehoben. Noch ein kleiner Zusatztipp. Wir sehen jetzt, dieser Ausschnitt, den ich hier fabriziert habe, ist sehr scharfkantig. Wir haben hier extremst scharfe Kanten produziert. Das können wir auch verhindern, indem wir vor dem Ausschneiden einfach dem Werkzeug sagen, wie scharf denn die Kanten sein sollen. Dafür gehen wir einfach hier oben in den Punkt Weiche Kanten und können nun hier in Pixel angeben, wie stark wir hier nun eine Art Verlauf mit dem Hintergrund erzeugen wollen oder eine Art weiche Kante erzeugen wollen. Das heißt einfach, zum Beispiel, ich nehme meistens so irgendeinen Wert zwischen 2 und 10, hat man diesen dann ausgewählt, hat man dann quasi bei dem Ausschnitt, den man tätigt, dementsprechend weiche Kanten, was eigentlich auch sehr von Vorteil ist, denn keiner will scharf ausgeschnittene Objekte haben. So, und jetzt schneide ich euch nochmal ein Bild quasi aus mit der Einstellung Weiche Kanten 30 Pixel. Wie gesagt, ihr müsst das vor dem Ausschneiden wählen. Im Nachhinein könnt ihr diesen Wert nicht mehr einstellen. Ich habe es einfach nochmal neu ausgeschnitten, jetzt diese ganze Geschichte. Und ich drücke jetzt einfach nochmal auf die Entferntaste und ihr seht jetzt, wie wir diese weichen Kanten quasi erzeugt haben. Wie gesagt, mit 30 Pixeln habe ich es hoffnungslos übertrieben mit diesen weichen Kanten. Allerdings ist das ja auch nur zu Demonstrationszwecken, damit ihr seht, was ich damit meine. So, ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Video etwas weiterhelfen, konnte die Fragen beantworten, die ich bekommen habe. Und sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020